Hey DJ, the party don't stop! DJ, let's go! Drei Tage mit MW2 verbringen und euch nochmal weiterhin präsentieren. Ich bin mal gespannt, ob das so funktioniert. Und ich habe echt keine Ahnung. In den kommenden wir mal AK-47. Ich habe auch ehrlich gesagt überhaupt keine Peilung mehr. Was die letzte Folge für eine Waffe war, ich habe keine Ahnung. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich hier überhaupt abschneiden tue. Okay, der Typ hat mich auf jeden Fall schon mal gekonnt, ignoriert. Ich verstehe nicht, ich bin doch da gerade langgelaufen. Wieso hat er mich denn nicht gesehen? Ich kann mir gut vorstellen, dass der Spawn geswitcht ist. Na super, geht's nicht. Da kann man ja schon wieder fast GG eintippen in den Scheiß. In den Chat. Da haben wir noch einen, der ist nicht da. Achso, noch bevor ich es vergesse. Natürlich von rechts. Na komm schon, Mann. Alter, warum denn? Warum denn so brach? Warum denn so brutal? Oh, das war knapp. Auf mich schießen, Mann. Wieso schießen die alle auf mich? Ja gut. Es ist natürlich ein bisschen verständlich, Mann. Ich schieße natürlich auch auf die, aber trotzdem. Wow. Man muss ja nicht gleich so... Du bist tot, oder? Man muss ja nicht gleich so brachial sein und zurückfeuern. Oh, oh. Nein. Scheiße. Nichts zu vergessen, ganz wichtig, heute noch streamen. Ja doch, heute streamen. Ja, genau. Ja, ich muss da ein bisschen überlegen. Aber heute ist ja für euch Mittwoch. Aber für mich ist es Dienstag nach dem Stream. Normalerweise hätte ich Facecam anführen können. Egal. Linex Wall? Super, Alter. Also, hacken tut er nicht. Oh, scheiße. Links von mir war einer und rechts. Die kämpfen hier aber schon eher ganz gut. Das ist so ein bisschen. Ach, komm schon. Oh, es geht tot, geht tot. Oh, danke schön. Bitte was? Hier ist schon Stealth-Bum. Holy shit. Da kam meine. Wohl. Die kann der... Was? Ach, scheiße. Ja, super. Der Typ tut neu fahren. Ich habe mich gerade gefragt, wie einer von uns... Ich höre so, wie es selbst ohne Scheiß. Wie einer von uns einen Stealth-Bomber haben kann. Erste war wahrscheinlich, oder? Nein, 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 nein. Ich bleibe mich selber. Oh, scheiße. Oh, ich lebe noch. Und ich bin tot. Ich lebe noch. Und kriege noch einen Kill. Nein, es ist. Es ist. Okay. Und ein Kill. Und... Model A Kim wohl ins Gesicht. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Holy shit. Mann, Alter. Nein. Wieso rennen denn jetzt... Ja, ich verstehe ja. Ist ja okay, dass ihr alle mit der Dingensum herrennt. Mit der UMP. Ich habe voll Verständnis dafür. Aber doch nicht alle auf mal. Doch nicht alle auf mich, Mann. Okay, dann. Dem wurden auf jeden Fall... Gut die Beine weggeschossen. Oh mein Gott. Ich... Oh, oh. Ich habe endlich mal... Ich weiß gar nicht. Hatte ich jetzt überhaupt schon mal eine Killstreak? Hau da mal ab. Verpiss dich, Mann. Ha. Killstreak, äh... Kill cloud. Hehehe. Ich weiß gar nicht. Oh, oh mein Gott. Jetzt läuft's. Das Problem ist, das Game ist leer vorbei. Hehehe. Aber jetzt läuft's. Hey, wenn ich jetzt noch theoretisch zwei Kills kriege. Deswegen auch immer. Oder wie auch immer. Ich kriege den Harrier. Ja, easy. Ach ne, die vier. Ja, ich habe gerade aufgehört zu streamen. Und theoretisch hätte ich eigentlich Facecam machen können. Das Problem ist... Äh... Das Problem ist mit der Facecam, dass ich jetzt meine Softboxen irgendwie keinen Bock hatte zu holen. Und ich deswegen mich halt nicht ausleuchten kann. Leuchtet? Hä? Bin ich blind? Achso, ich wollte gerade sagen. Ihr wollt sagen, ich kann euch so blind... So... So... Ich habe eine Brille auf, ne? Hat man ja schon gesehen. Aber so blind kann ich nicht sein, dass ich die nicht gesehen habe. Aber gut, egal. Das ist aber ein schnelles Gameplay. Holy shit. Wieso GoodCamp? Will der mich verarschen? Ich habe nicht gekämpft. Ich spiele 20 Jahre. Look. Aiming ist zwar nicht so... Oh, ging eigentlich mit On Point. Ja gut, MB2 wird jetzt ein bisschen kürzere Folgen sein. Dafür gibt es nächste Woche aber lange, lange Folgen mit Facecam und Rainbow Six Siege. Ich hoffe, ihr freut euch da drauf. Ja, schon mal ein kleiner Leak. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin raus. Ich bin Allerwache1993. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute. Hier sind die Töne. Und ich bin raus.